Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Doch so erfolgreich er auch war. Beim ersten Lauf dieser Saison vor gut drei Wochen war noch nicht klar, ob er die gesamte Meisterschaft 1992 überhaupt mitfahren kann. Grund genug für uns, Ronald Holzer und seinen Bruder Günther in ihrer bayerischen Heimat nach ihren Plänen für die Zukunft zu befragen. Wenn man die beiden in Inningen bei Augsburg besuchen will und den Weg nicht kennt, braucht man nur zu fragen, denn die Holzer-Burm kennt hier fast jeder. Ja, den kenne ich. Was wissen Sie denn über den und seinen Bruder? Ja, ich habe ihn kennengelernt durch die Tankstelle, und zwar drüben bei Quali. Ja, dass er für eine japanische Marke gefahren ist. Für welche kann ich jetzt genau nichts sagen. Der ist aus Pobingen und hat Lanscher gefahren und jetzt fährt er, glaube ich, mit so Buschi. Dass er Autorennen fährt, Tankstelle hat und mit mir schon gehäkelt hat. Das ist alles. Erst vor knapp drei Monaten bezogen die beiden hier im ländlichen Stadtteil Inningen ihr neues Geschäftshaus. Und das kann sich sehen lassen. Günter Holzer ist der Chef und Manager einer regelrechten Motorsportfabrik. 3000 Quadratmeter reine Nutzfläche mit Büros, Verkaufsraum, Lager, diversen Geschäftszimmern und einer riesigen Werkstatt. Der Chef ist natürlich immer und überall im ganzen Haus zu erreichen. In der Werkstatt selbst werden von der Mechaniker-Crew nicht nur die Rallye-Fahrzeuge für die eigenen Einsätze vorbereitet. Nee, wir haben uns unsere Erfahrungen im Rallye- und Rennsport zunutze gemacht und haben dann gesagt, Mensch, nachdem in Deutschland der Rallye-Sport immer mehr in die Ecke gedrückt wird, wir machen auch mal was für diese Normalkunden, Serienautos, ein bisschen aufmotzen, tieferlegen, stärker in Motoren und aber mit unserem Top-Know-how und ich glaube, da können wir einiges rüberbringen. Trotzdem bleibt der Aufbau von Autos für den Einsatz im Motorsport ein bestimmendes Element der täglichen Arbeit. Nicht nur die eigenen Wagen müssen vorbereitet werden, auch andere Teams lassen bei den Holzers Schrauben. Günter Holzer demonstrierte uns eine kleine Auswahl der Fahrzeuge, die zurzeit im Hause präpariert werden. Das ist unser Auto von der Eiffel-Rallye. Wir sind leider dort ausgefallen. Schade, das ging nicht ganz so gut wie in Dubai. Also man sieht es nur auf arabische Sponsoren drauf. In Dubai war es ein bisschen besser. Da haben wir den zweiten Platz erreicht, in dem Middle East Championship-Lauf. Eiffel-Rallye leider mit Turboschaden ausgefallen. Und jetzt geht das Auto zurück, wieder nach Italien, weil das war eine Leihgabe von Fiat Rautespa Abarth in Italien. Hier haben wir das Fahrzeug von Stefan und Bernd Schleicher. Das ist eine Gruppe N-Langia. Er und sein Bruder und eben ein weiterer Bruder bestreiten auf dem Landshare Delta Integrale Gruppe N die deutsche Rallyemeisterschaft. Also hier befinden uns im Inneren eines Mitsubishi Galant Vr4. Das ist also eine sogenannte Rohbau-Karosse. Also die kriegt man normal nicht so abgestrippt. Wir nehmen da Serienautos. Die werden dann total abgestrippt, abgekratzt, bis das letzte Gramm alles weg ist. Himmel raus, also es ist keine Schraube mehr drin, gar nichts. Und dann wird das Fahrzeug komplett nochmal nachgeschweißt. Weil für den normalen Straßenverkehr reicht das locker aus, aber für unsere Rallyeinsätze in der Gruppe N muss man dann noch verschiedene Dinge stabilisieren. Der Rallyeinsatz von Günthers Bruder Ronald ist bisher nur für den zweiten Lauf zur Deutschen Meisterschaft gesichert. Es ist also folgendes, wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Niedersachsen-Rallye fahren. Die steht jetzt mal fest. Wie es weitergeht, ist immer noch auf Suche nach Sponsoren. Es ist nicht einfach heuer und wir müssen ja selber wieder auf privater Basis fahren. Wir sind auch dran, dass wir öffentlich spanische Meisterschaft fahren. Aber es wird sich alles noch entscheiden. Eine deutsche Rallye-Meisterschaft ohne Ronald Holzer wäre ohne Zweifel ein sportlicher Verlust. Die Holzers sind eine Tradition in dieser Meisterschaft. Schon 1983 waren die Brüder auf einem Gruppe A Manta dabei, liebäugelten damals sogar mit der Gruppe B. Es war eigentlich geplant, dass ich dann nach den zwei Jahren vom Gruppe A Auto auf ein Gruppe B Auto komme. Aber es ist dann bei Opel eigentlich einiges, hat sich da verschoben. Und die haben dann durch das Recliment praktisch auch dann, die Gruppe B ist dann weggekommen. Und es hat mir mit Sicherheit, mit dem Kreuzmann, so ein Manta zu fahren, im 400er. Nur wenn ich jetzt dann natürlich sehe, mir mit den Gruppe A Autos sind eigentlich jetzt genauso schnell wieder, mittlerweile wie die Gruppe B Autos. Wäre nicht noch so schneller. Mit der Verbindung zur Lanschia kam dann der Durchbruch. Seit 1987 fuhr Ronald Holzer beständig an der Spitze mit. Wir sind damals eigentlich irgendwo ein großes Risiko eingegangen, weil wir haben damals das Auto, glaube ich, 180.000 gekostet. Und wir haben ja damals keine Sponsoren gehabt, bis auf, muss ich sagen, A M, Walter Schleicher. Der hat uns damals ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und wir haben in dem Jahr, wir sind dann gefahren, es ist auch Gott sei Dank nichts kaputt gegangen, weil die Teile damals schon sehr teuer waren. Und wir haben das Jahr eigentlich ganz gut überstanden. Ich glaube, wenn da so ein Getriebe kaputt gegangen wäre von damals, und das hat, glaube ich, damals schon 50.000 Mark gekostet, hätte man vielleicht schon aufhören müssen. Wie fährt man denn dann so ein Auto, was 180.000 Mark kostet und man weiß, es darf nichts kaputt gehen? Es kommt ja in der Rallye schon mal vor, dass was kaputt geht. Ich glaube, wir sind damals schon am Anfang ein bisschen vorsichtig gefahren. Oder vielleicht hatten da auch die Autos noch nicht so viel Leistung wie heute, dass die Teile doch noch nicht so beansprucht worden sind. Und wenn ich eigentlich so zurückdenke an die ersten zwei, drei Rallys, ich glaube, es ist eigentlich das Auto mit mir gefahren und nicht ich mit dem Auto. Und trotzdem wurde gleich im ersten Lunch-Jahr ein Vizemeistertitel daraus. Dabei blieb es dann aber auch für noch zwei weitere Jahre. Erst 1990 wurden die Mühen und der Einsatz richtig belohnt. Ich glaube schon, dass der Meistertitel sehr viel zählt eigentlich. Und ich glaube, das war ganz gut auch für die ganze Mannschaft. Man hat ja da hingearbeitet eigentlich irgendwo. Und das war eigentlich zum Schluss dann einfach der Erfolg, der war dann da. Und das war glaube ich für die komplette Mannschaft, die wieder größte Erfolg. Wenn er alle Läufe mitfahren kann, dann wird Ronald Holzer sicher auch dieses Jahr bei der Vergabe des Meistertitels ein Wörtchen mitreden können. Übrigens, wenn Sie beim nächsten Lauf zur Deutschen Meisterschaft von Ronald Holzer ein Autogramm haben wollen, dann schauen Sie sich den, der Ihnen das Autogramm gibt, möglichst genau an. Denn die beiden Brüder sehen sich wirklich verdammt ähnlich. Der mich nicht kennt oder der uns nicht so näher kennt, ich glaube, der verwechselt uns sehr oft. Und ich mache mir jetzt dann meistens gar nicht mehr die Mühe, wenn die irgendwo von mir Autogramm wollen, dann unterschreibe ich halt und fertig. Dann glauben die, die haben den Ronald vor sich und das passt dann schon irgendwie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017